Herzlich Willkommen bei Heidelberg. Mein Name ist Christine Kesser und ich bin Produktmanagerin. Heute stelle ich Ihnen den Vollstar vor. Inline-Veredelungen mit Kaltfolie liegen im Trend. Denn dieses Verfahren zaubert nicht nur faszinierende Effekte auf Verpackungen, sondern ist zudem auch noch schnell, günstig und flexibel. Im Vergleich zu metallisierten folienkaschierten PET-Kartonagen hat die Kaltfolie den deutlichen Vorteil der besseren Recyclbarkeit. Denn die auf dem Bedruckstoff aufgebrachten Alupigmente lassen sich beim Recycle leichter ablösen. Dieser mit Kaltfolie bedruckte Bogen zeigt Ihnen ganz deutlich die unterschiedlich veredelten Bereiche. Als Teil der Heidelberg User Experience lässt sich der Vollstar ganz einfach und intuitiv über das Prinect Presenter XL3 steuern. Das Zu- und Abschalten, während des Rüstvorgangs spart Zeit und Makulatur. Durch auf das Druck suge in der Breite angepasste Rollen und individuell anpassbare Taktungslängen nutzt der Vollstar die Kaltfolie optimal aus. Je nach Bedarf kann im Bereich zwischen 200 und 750 Millimetern Kaltfolie appliziert werden. Ungenutzte Teile werden eingespart. Der Vollstar ist mit der Taktungsfunktion ausgestattet, um wirtschaftlich zu produzieren und Folie einzusparen. Besonders im Etikettendruck glänzt der Vollstar durch diese Taktungsfunktion. Bei einer Druckgeschwindigkeit von 15.000 Bogen die Stunde sind Folieneinsparungen von bis zu 80% keine Seltenheit. Und weniger Makulatur schuldt nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel. Kosteneinsparungen, die sich direkt auf Ihr Geschäft auswirken. Der Vollstar Cure von Heidelberg ist speziell konzipiert für industrielle Anwendungen im reinen LED-UV-Prozess. Dabei geht er einen Schritt weiter. Der abgestimmte Einsatz von dedizierten LED-UV-Kaltfolienklebern und Farben in Kombination mit Drystar LED Pro-UV-Trocknern erzielt ein völlig neues Niveau an Prozessstabilität. Dank optimierter Bahnführung verbleibt die Folienbahn länger auf dem Druckzylinder. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zeichnen den Vollstar Cure aus und sorgen jederzeit für optimale Voraussetzungen. Je nach Anwendung können Sie zwischen klassischer Bahnführung und Taktung wechseln. Wenn Sie doch noch mehr brauchen, können Sie sich zusätzlich für Cast & Cure entscheiden. Mit dem Vollstar lassen sich besser haftende sowie stärker glänzende Pigmente erzielen. Seine hohe Prozessstabilität eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten. Besonders interessant für Inmoldetikettendrucker. Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Servicepakete für Ihren Vollstar. Unser weltweites Service-Netz stellt eine höchstmögliche Verfügbarkeit Ihres Vollstars sicher. Für eine optimale Produktion empfehlen wir Saphira-Verbrauchsmaterialien, die ganz auf den Kaltfolienprozess abgestimmt sind. Hierzu gehören neben konventionellen und UV-Klebern auch spezielle Gummitücher, die für eine stabile Produktion und hohe Verfügbarkeit sorgen. Mehr als 100 Installationen weltweit sprechen für sich. Profitieren auch Sie jetzt von den Vorteilen des Vollstar. Sie haben schon eine Speedmaster? Vollstar lässt sich auf viele Maschinen nachrüsten. Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Sie!